meine rente nach der rente erhöht sich meine rente wenn ich weiter arbeite und wenn ja wann mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de worum geht es wenn ich jahrgang 1962 die rente mit abzügen mit 63 in anspruch nehme die dame hat die 45 versicherungsjahre tatsächlich auch jetzt schon voll dann würde sie ja die altersrente für langjährig versicherte bekommen und dann hätte sie abschläge das hat jetzt mit den 45 jahren gar nichts zu tun aber sie hat zumindest die 35 jahre wartezeit erreicht und deswegen ist das alles kein problem wenn sie jetzt noch in dem job weiter arbeitet was passiert dann mit den rentenbeiträgen die ich in dieser zeit des weiterarbeitens noch ansammeln wirkt sich das auf meine rente dann aus oder gehen mir diese pflichtbeiträge irgendwie verloren wird die rente dann nochmals neu berechnet wenn ich dann tatsächlich irgendwann mal ganz aufhörer zu arbeiten das gleiche problem hat sie auch sie möchte sie hat noch rentenansprüche aus pflege tätigkeit die monatlich auf ihr rentenkonto eingezahlt werden wie sieht es da mit den beiträgen ausgehen die verloren oder werden die ihr gutgeschrieben meine damen und herren die antwort findet sich wie immer im gesetz relativ einfach nein da geht ihnen natürlich selbstverständlich nichts verloren erstens sie sind grundsätzlich in der gesetzlichen rentenversicherung bis zum erreichen ihrer regel altersgrenze ihrer individuellen regel altersgrenze oder genauer gesagt bis zur vollendung bis zum ende des monats in dem sie ihr lebensalter für die regel altersgrenze erreicht haben versicherungspflichtig auch wenn sie im rentenbezug stehen das heißt also wenn sie da arbeiten und hier entsprechende beiträge zur rentenkasse abführen werden daraus entgelt punkte ermittelt und wir haben hier auch eine vorschrift und zwar ist das die vorschrift des paragraf 76 d sgb 6 der sagt uns ganz unverblümt zuschläge an entgeltpunkten aus beiträgen nach beginn einer rente wegen alters für die ermittlung von zuschlägen an entgelt punkten nach beginn einer rente wegen alters gelten die regelung zur ermittlung von entgelt punkten für beitragszeiten und so weiter und so fort und da gehen wir noch mal ganz kurz in das nichtamtliche verzeichnis zurück und dann finden wir hier im paragraf 70 genau diese regelung entgelt punkte für beitragszeiten und dann geht es ja um die frage wann werden mir denn diese entgelt punkte überhaupt gut geschrieben und da gibt uns der paragraf 66 das weiß natürlich auch nicht jeder antwort und zwar der paragraf 66 absatz 3a lese ich ihn mal vor zuschläge an entgelt punkten aus beiträgen nach beginn einer rente wegen alters werden mit ablauf des kalendermonats des erreichens der regel alters grenze und anschließend jährlich zum ersten juli berücksichtigt meine damen und herren das ist genau die zentrale vorschrift paragraf 66 absatz 3 satz 1 sgb 6 da steht es drin das heißt also wenn sie mit dem mit 63 in rente gehen und weiter arbeiten dann und bis zur regelartes grenze weiter arbeiten und genau in diesem zeitraum meinetwegen zweieinhalb jahren noch bei drei beiträge zur rentenkasse einzahlen werden diese beiträge in entgelt punkte umgerechnet und werden ihnen dann nach erreichen der regelartes grenze also nach dem im folge monat dann praktisch auf ihr rentenkonto gut geschrieben und zwar jetzt kommt abschlags frei also diese entgelt punkte die sie hieraus erwirtschaften werden ihnen als persönliche entgelt punkte ohne abschlag gut geschrieben und genau das gleiche passiert auch mit den entgelt punkten für pflegezeiten das heißt es wird ihnen auch zu diesem zeitpunkt gut geschrieben aber bitte bedenken sie auch wenn sie ihre regelartes grenze erreicht haben werden sie in der gesetzlichen rentenversicherung versicherungsfrei und dann können sie im normalfall nicht mehr also nachdem sie diese regelartes grenze erreicht haben können sie dann keine entgelt punkte mehr gut geschrieben bekommen außer sie würden zum einen bei der altersrente auf ihr mit dem arbeitgeber bei erreichender regelartes grenze auf ihre versicherungsfreiheit verzichten das müssen sie schriftlich gegenüber dem arbeitgeber erklären oder aber sie beantragen dann pünktlich zum erreichen der regelartes grenze eine 99,99 prozent teilrente das geht da geht es um die sogenannten pflegezeiten oder die entgelt punkte aus einer pflege für nahen angehörigen dann können sie hier entsprechend den gesetzlichen regeln auch nach erreichen regelartes grenze weiter entgelt punkte bekommen die dann aber immer jährlich zum ersten juli berücksichtigt werden näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel elektronische